So, mein Mann ist endlich bereit und baut mir die Lumi auf. Das ist heute mein letzter Tag als Schwangere. Mein aller aller... Genauso wie die Wienerle hier im Angebot waren. Hat auch nur 1,69 gekostet. Habe ich schon mal gekauft. Hallo ihr Lieben, es beginnt mal wieder ein Mischmarschall. Aber wirklich Mischmarschall, weil ich war im DM, ich war im Rossmann, ich war im Aldi. Dann wo war ich noch? Im Action war ich. Und das war's glaube ich, ja. Und dann war noch der Postbote auch noch gerade da, da zeige ich das euch auch noch. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit, ich weiß nicht, mit meiner Handtasche, die vorher gestopft ist. Weil ich habe dann auch noch, so schlau wie ich immer bin, eine Tüte vergessen mitzunehmen. Ja, also habe ich jetzt reingeschleppt wie so eine Bekloppe. Beim Rossmann habe ich einmal diese Feuchttücherbox da oder was auch immer was das ist. Ne, das sind keine Feuchttücher, ich depp. Das sind Pflegetücher. Genau, so trockene Pflegetücher mitgenommen. Die kosten 89 Cent, minus diese 10% App, ne, die wollte ich da mitnehmen. Dann, da war ich noch beim Deichmann, weil ich Schuhe umgetauscht habe. Das beste Abschminkding, wo ich nur kenne bis jetzt. Das ist von Isana, das habe ich ja immer, das habe ich mir jetzt nochmal bei Rossmann geholt. Das war der Grund, warum ich zum Rossmann bin. Kostet 95 Cent. Und was ist da noch für den Mixen mehr, oder? Das war es dann von der Handtasche. Dann ist es jetzt ein bisschen durcheinander. Da habe ich einmal so Wickelauflagen mitgenommen, aber, oh Gott, ich weiß nicht, hundertprozentig. 1,25 glaube ich. Ne, 1,45. Ich habe es billiger gemacht. Hier ist der Zettel vom DM. 1,45 für so Wickelunterlagen. Ich finde die immer ganz praktisch. Ich lege auch immer eine auf die Wickelauflage oben bei uns. Und ansonsten, ja, wenn man auf dem Sofa wickelt und unterwegs ist oder sowas. Das sind halt einfach solche Wickelauflagen. Kennt ihr bestimmt. Finde ich mega praktisch. Die haben mir jetzt nämlich noch gefehlt. Es ist ja noch alles hier so ein bisschen vorgedrehte Videos. Aktuell, ihr wisst. Übrigens ist heute mein letzter Tag als Schwangere. Mein aller, allerletzter Tag als Schwangere, Leute. Mein aller, deswegen war ich auch noch unterwegs. Ihr wisst, YouTube ist immer ein bisschen vorgedreht. Wollt ihr es aktueller? Hüpft einmal auf Instagram rüber. Da ist die Amelie nämlich schon auf der Welt. Und da erfahrt ihr alles ganz aktuell. Lisa Schnappe heiße ich da. Also genauso wie hier findet ihr meinen Account. Da nehme ich euch immer in den Storys mit. Ja, da habe ich dann auch ein paar Highlights gespeichert, wenn irgendwas Interessantes war. Da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Aber trotzdem will ich euch den Misch-Masch-Hall ja nicht vorenthalten. So, so viel dazu. Eine kurze Erklärung. Aber ich brauche auf YouTube immer ein bisschen länger. Außer die Food-Halls sind immer ganz aktuell. Die schon. Aber ansonsten braucht man ein bisschen länger. Wenn man beides verfolgt, glaube ich, kommt man ab und so ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, ich erkläre es ja immer ganz gut. Dann hier Aldi. Ja, so wie man hier jetzt auch bei meinem Haul ein bisschen durcheinander kommt. Aldi, da waren diese Pinsel von 99 Cent auf 49 Cent runtergesetzt. Und ich dachte mir, ja, perfekt. Pinsel braucht man immer. Und die Kinder malen wahnsinnig gern mit Wasserfarben. Genauso wie die Wienerle hier im Angebot waren, beim Aldi, waren von 1,99 auf 99 Cent. Ich hatte leider keinen Wagen dabei und auch sonst keine Tasche und nichts. Sonst hätte ich mehr Gläser mitgenommen. Ich musste ja alles so tragen. Deswegen ist es nur ein Glas geworden. Aber so für 99 Cent, für Geflügel Wienerle. Ich glaube, sieben Stück sind sogar drin. Finde ich richtig günstig. Aber Lisa hatte nicht mehr Platz frei. Dann Duftkissen. Da bin ich ja echt mehr gespannt. Waren auch beim Aldi runter reduziert auf 99 Cent von 1,99. Dachte ich, mir hänge ich in die Schränke rein. Ah, das ist in Dreierpacks eingepackt. Mal schnell riechen. Oh, wie frisch gewaschene Wäsche. Da habe ich noch lange überlegt, ob ich sie mitnehme. So, und dachte mir, oh ja. Und dann kann man die ja so, kennt ihr bestimmt, so aufhängen. Und dann duftet es schön aus dem Schrank raus. Und ich dachte, einmal für jeden Schrank. Dann haben wir hier einmal noch Action. Ich sage durcheinander. Bist du nicht mehr, da gibt es noch einen Haufen. Das habe ich jetzt für die Wickelkommode oben mitgenommen. Weil ich habe zwar schon so einen Korb gekauft, habe ich euch auch schon mal erzählt, für die Windeln. Aber das sind so, ja, so Spreißel immer. Und die kleben dann an den Windeln. Und das fand ich irgendwie total blöd. Und deswegen habe ich mich jetzt für das hier entschieden. Da tue ich dann die Windeln rein. Hat auch nur 1,69 gekostet. Habe ich schon mal gekauft und ist im Bad, steht bei uns. Da steht meine ganze Kosmetik drin. Und ich finde es halt einfach cool. Und für 1,69, was will man da sagen, ne? Deswegen bin ich nochmal schnell zum Action losgetigert. Müllbeutel, so kleine Beutel sind das. Da werde ich die Windeln einpacken. Denn die Windeln kommen bei uns direkt in die Mülltonne. Und im Sommer, wenn man die Windeln einfach nur so in die Mülltonne schmeißt, dann entstehen Maden und sowas. Und das ist voll widerlich. Und Windeln gehören ja in den Restmüll. Und ich finde es aber widerlich. Und deswegen, bevor Maden und so, packe ich die ganz gut ein, dass dann nicht so eklige Viecher entstehen. Wisst ihr Bescheid, ne? Was mir auch noch gefehlt hat, also ein Tag vor der Geburt, gell, fällt mir ein. Ich habe auch eine extrem bescheidene Nacht gehabt. Ich habe richtig bescheiden geschlafen. Weil mir jetzt so viel durch den Kopf gegangen ist. Ich meine, morgen wird die Amelie geholt. Morgen um 7 Uhr müssen wir im Krankenhaus sein. Und laut OP-Plan geht es um 9.55 Uhr los. Ich glaube, aber da mache ich euch ein separates Video noch dazu. Das ist jetzt nur so hier so angeschnitten. Wie dann auch alles war, wie alles abgelaufen ist. Ja, ich glaube, das interessiert bestimmt viele. Das mache ich. Auf jeden Fall, was mir dann heute Nacht eingefallen ist, was mir alles noch fehlt. Ich habe zum Beispiel auch keine Feuchttücher gekauft. Und auch kein Badethermometer. Ich weiß, man braucht nicht zwingend einen Badethermometer. Aber irgendwie fand ich das süß. Und das kostet 1,95 hat das jetzt bei DM gekostet. Ist süß. Und ja, selbst wenn die dann die Kinder dann auch... Ich finde das einfach süß. Also ich finde einfach... Mir haben dann auf Instagram ein paar geschrieben, weil ich gesagt habe, ich habe noch kein Badethermometer gekauft. Brauche auch kein Mensch, hat mir geschrieben. Aber doch, ich brauche es. Ich bin ein Mensch und ich brauche ein Badethermometer. Deswegen habe ich das jetzt noch gehört. Manchmal muss man sich ja auf Social Media ja schon immer rechtfertigen, warum man etwas kauft, was eigentlich die Welt nicht braucht. Aber ich finde ein Badethermometer trotzdem praktisch. Und ich bin dreifach Mama jetzt dann bald. Beim Lidl waren... Ne, Aldi war ich. Auch Klopapier für 99 Cent im Angebot. Keine Ahnung warum. Aber 99 Cent fand ich extrem günstig. Da habe ich gleich zwei Packungen mitgenommen. Hätte ich wahrscheinlich noch mehr mitgenommen. Aber ihr wisst, ich hatte keinen Einkaufswagen, keine Tüte, nichts. Also ich musste alles so tragen. Und dementsprechend war dann auch schon beim Aldi das so nach oben. Und dann mit meinem dicken Bauch. Die Leute haben geschaut, wie bekloppt. Und ja, 99 Cent. Genau. Und dann haben wir hier einmal... Uiuiuiuiuiuiui. Feuchtücher habe ich noch beim DM mitgenommen, weil ich habe keine Feuchtücher gekauft. Ich habe nur so ganz viele Probepäckchen und sowas. Aber als ich einmal Feuchtücher gekauft habe, habe ich irgendwie total verpennt. Die haben beim DM 2,75 Euro gekostet, hatte aber so ein 20% auf Babyluft, Babypflege. Und da wurden 55 Cent abgezogen. Also 2,25 Euro. Für so viele Feuchttücher ist das voll gut, ne? Ich glaube, die hatte ich auch bei der Luana und die waren eigentlich ganz gut. Produkt enthält Kunststoff. Okay. Danke. Ähm, Wraps, die waren auch im Angebot für 49 Cent. Luana liebt doch Wraps und das sind so die kleineren. Ich hätte vielleicht noch mehr mitnehmen sollen, aber auch wie bei den Wienerle, ich habe kein Trageding mehr gehabt. Deswegen habe ich jetzt eingepackt und die waren nämlich von 99 Cent auf 49 Cent runter. Und der Hauptgrund, warum ich eigentlich zum Aldi bin, war einfach Tiefkühlpützer. Weil mein Mann gesagt hat, wenn du im Krankenhaus bist, hol uns doch Tiefkühlpützer, dann können wir die auch mal an einem Abend einfach essen. Da muss er nicht so viel kochen. Ähm, hat 2,69 Euro gekostet. Genau. Das war das hier alles. Dann habe ich nämlich noch im Flur was stehen. Das zeige ich euch. So, aber da warten wir jetzt dann noch auf meinen Mann. Ich zeige euch nur, um was es geht. Da warten wir, bis mein Mann kommt. Und zwar pünktlich, bevor unsere, ähm, oh, unscharf. Bevor unsere Amelie kommt, ist jetzt noch die Lumi, ähm, Wippe, Trage. Naja, Trage ist es nicht. Ähm, ja, eine Wippe ist das eigentlich richtig cool. Ist angekommen. Wir packen die zusammen aus und ich zeige es euch, wie die funktioniert. Ich habe mir da einiges durchgelesen und ich fand die richtig cool. Ich war ja total unentschlossen, ob wir jetzt eine Trage holen sollen oder nicht oder ja. Und ich habe euch ja auch gefragt und, äh, so eine Schaukel. Trage, was sage ich von Trage die ganze Zeit? Und war ja so 50-50 Abstimmung und ja, da hatten wir, komm jetzt holst du einfach eine. Die packen wir aber dann. Mein Mann freut sich schon beim Auspacken. Ich habe nur gesagt, ich möchte die Kamera mitnehmen. Deswegen hat er jetzt noch gewartet auf mich, bis ich auch zu Hause war, weil ich ja unterwegs war. Und jetzt ist eher Altpapier wegbringen. Aber auf jeden Fall packen wir die zusammen aus, sobald er da ist. So, mein Mann ist endlich bereit und baut mir die Lumi auf. Die Lumi, die heißt Lumi. Ich bin ja schon gespannt, was die Lumi kann. Das ist bei euch eigentlich auch so, dass immer die Männer immer alles aufbauen und ihr schaut immer ganz interessant zu. Und die Männer haben da eigentlich immer megamäßigen Spaß. Gerade so, wenn es so um Technik geht und das ist immer total lustig. Die kann übrigens ganz viel. Du kannst auch Musik vom Handy importieren. Die läuft mit Batterie oder man kann sie auch am Strom. Das ist voll leise, gell? Süß. Also am Strom oder mit Batterie, das kann man dann individuell gestalten. Also ein Kabel dafür ist dabei, nur der Netzstecker fehlt. Also ist nicht mit dabei im Lieferumfang. Aber da hat man ja immer ewig viele rumliegen eigentlich. Also wir zumindest. Ach süß, schau mal wie das schwenkt. Und die ist total leicht, die ist auch nicht schwer. Also man kann die locker in ein oberes Gestockwerk rumschleppen. Schleppen eher weniger, weil die echt voll leicht ist. Zeig mal die Fernbedienung. Und übrigens ist da auch eine Fernbedienung dabei. Damit könnt ihr sozusagen chillig auf dem Sofa alles bedienen, wenn ihr möchtet. Mein Mann hat jetzt mal eine Musik angemacht. Aber ich habe auch gelesen, man kann vom Handy die Musik importieren. Also seine eigene Musik. Aber natürlich ist da auch Musik mit dabei. Ich finde das Design auch voll schön. Ich bin mal gespannt, ob die Amelie Schaukelkind ist oder nicht. Weil die Luana war ja ein totales Nicht-Schaukelkind. Und die Bella konnte man ohne Schaukelwehr hätten wir das nicht überlebt bei ihr. Also ich bin gespannt. Aber es ist voll leise. Du hörst nicht mal, dass das schaukelt. Das ist krass. Und wie viele Geschwindigkeiten gibt es? Fünf. Fünf Geschwindigkeiten. Achso, das sieht man dann hier auf der Fernbedienung. Okay. Wir haben bestimmt wieder einige Fragen. Ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Also hier unten, nicht da unten. Genau, da könnt ihr euch selber mal anschauen. Da könnt ihr mal durchlesen, was die Funktionen hat oder sowas. Sie ist relativ einfach, aber dort trotzdem hat sie voll viele Funktionen. Also mich hat es auf jeden Fall überzeugt. Bin gespannt. Ich werde berichten, wie sie im Alltag ist. Es ist ja wirklich von Kind zu Kind unterschiedlich. Das eine Kind mag es, das andere Kind nicht. Also ich sage ja, ich hatte beide Fälle. Bin gespannt, wie unsere Amelie wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und über einen kostenlosen Abo auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und dann vielleicht auch irgendwann mal wieder unschwanger. Ciao, ihr Lieben.